Da bin ich wieder in Ace of Spades, wo ich gerade versuche, einfach mal eine Runde Diamantenmine zu spielen. Diesen Spielmodus habe ich noch nie gespielt, also ich weiß gar nicht, was ich da machen muss. Farbe nach Diamanten. Sie könnten überall auftauchen, okay. Naja, von mir aus. Dann kramen wir mal. Einfach mal immer geradeaus, immer geradeaus. So, krebs ich doch ein bisschen schneller. Und der Sinn, der Spiel ist jetzt, ich will einfach nur Diamanten finden oder was? Hm. Also, so ganz habe ich das hier noch nicht verstanden, aber. Vielleicht finden wir hier einen Diamant. So. Basieren wir hier mal ein bisschen den Boden. So geht es doch am schnellsten, als mit der Schaufel. Also schneller als mit der Schaufel. Nicht ab. Ach, egal. Der Mantell kommt zu mir! Oh, keine Munition mehr. Das geht doch sicher auch. Ah! Schön. Hm. Diamanten, Diamanten. Also, ich glaube, wir graben uns hier dumm und dämlich. Und finden hier nicht einen Diamanten. Ach. Hm. Oh. Da oben geht es wieder raus. Gucke ich mal kurz. Ach. Ach. Hol ich mir mal kurz Munition. Hopp und hopp und hopp. Sie könnten überall auftauchen. Aha, okay. Ein Sneaper. Ich habe eine gute Idee. Damit sollten wir doch gut arbeiten können. Oh, nein. Oh, scheiße. Hat mich gesehen. Oh. Zwei Sniper. Geh da rein. Gut. Oh, top. Und grab dich durch. Da. Ich habe einen Diamant gefunden. Geil. Juhu. Was soll ich jetzt mit dem Diamanten machen? Ich brauche Hilfe. Geil. Jetzt habe ich einen Diamanten und ich weiß aber noch nicht, was ich damit machen soll. Ich glaube, wir müssen unsere Basis springen. Scheiße, ich kann damit nicht springen. Komm. Scheiße. Scheiße. Okay, okay. Kein Problem. Da läuft er, da läuft er. Ich glaube, wir müssen ihn mit dem Diamanten machen. Ich glaube, wir müssen den da hochbringen, oder? Okay. 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 Hey, Hilfe. Ich brauche Hilfe. 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 Komm. Hilf mir. Hilfe. Schnell. Schnell. Gib mir Rückendeckung. Gib mir Rückendeckung. Hm. Hilf mir, um Stützung zu bringen. Wo ist denn unser Stützpunkt? Gut. Da oben sieht so aus. Ey, du läufst in die falsche Richtung. Junge. Ich habe jetzt eine Idee. Komm. Killer. Was für ein Killer? Was für ein Killer? Was für ein Killer? Was für ein Killer? Nein. Oh, Ben. Oh, Idiot. Komm. Okay. Ah, ich habe verstanden. Super. Oh, ich werde verfolgt. Okay. Gib mir Rückendeckung. Ah. Ich brauche Hilfe. Schnell. Geh da unten lang. Geh da unten lang. Komm. Super. Ey, das ist ja mal eine geile Mission. Und ich habe den Diamanten gefunden. Hm. Hm. So, los. Buddel. Super. Hm. Hm. So, los. Psst. Warte, geht er weg. Hm. Hm. T. Tai. Los, weiter geht's. Komm. scheiße komm komm hallo diamant hinter dir kommen jetzt kommen super okay jetzt kapiert immer so ein bisschen abwechseln kommst du bleib nicht unten scheiße ok 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 jetzt ist es auf mich allein gestellt also jetzt bin ich auf mich allein gestellt na super es kann ja heiter werden komm gib mir hilfe na ah ok da unten ist einer wo ist der scheibenkleister ich baue hier mal ein bisschen größer ich bin grad voll angespannt ich brauche hier eine treppe eine gescheite ok das sollte erstmal reichen oh scheiße verdammt er hat die diamanten scheiße sie haben schon zwei go for it der wife okay da gibt es auch noch einen anderen weg rein das weiß ich hier war es nicht hier war es okay geh weg super komm ok top den zweiten hole ich mir ok der diamanten ist runtergefallen der diamanten ist runtergefallen mich hört zwar keiner aber ich verschoss ihn so vor mich hin ey hilf mir mal Junge und klatsch mich auf mich ein ey Junge komm wir gehen hier lang ach schön oh er hat einen diamanten verloren ok boah wie geil dem ist dass dieser spielmodus einfach nur ist ok komm wir beide hilf mir mal hm ich quatsch mit denen und die hören mich nicht ah geil komm wir müssen hilf mir der diamant komm 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 schaff's kommben hau einen diamant in die base k ich muss da hoch und dem helfen boah ich bedauere es dass ich das nicht schon vorher gespielt hab ey das ist richtig geil Und wenn man erstmal einen Diamant gefunden hat, dann geht's richtig ab. Okay, jetzt habe ich den. Komme ich jetzt da hoch? Uah! Schade, nicht getroffen. Jetzt liegen hier schon zwei rum. Okay. Okay. Hm, 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 hm. Ich muss verhindern, dass die Streine nach oben kommen. Zack, 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 zack. Komm, spring! Spring doch! Du alte Schnapstrossel. Das ist aber auch schwer, den da drauf zu kriegen. Vor allem für uns. Weil wir hier unten spawnen. Ja, okay. Ja, okay. Ach, bleib weg. Oh, ich aber auch. Muss auf zwei Diamanten aufpassen. Gut. Vielleicht helfen die mir ja mal. Oh, letzte Minute. Geil. Und auch keiner hat einen Diamanten nach Hause gebracht. Schöne Sache. Ey, nicht runterfallen, Junge. Ruf mit dir. Mir jung. Junge. Oh, scheiße. Die Basis ist woanders. Egal. Du kriegst ihn nicht da runter. Du kriegst ihn nicht da runter. Scheibenklasse. Okay. Der ist jetzt hier. Komm. Ich bring den ersten Diamanten in die Basis. Komm. Ja. 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 Neun Sekunde. Komm. Nein. 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 Boah, zu schade. Zu schade. Aber richtig geil. Das machen wir jetzt nochmal. Suchen wir uns noch einen Server. Was macht der? Zombie. Ne. Ne, ne. Ne, ne. Diamantenmine. Ich glaub, das war grad der, wo ich drauf war. Ah, ne. Andere Karte. Okay. Hm. Ich weiß nicht, ob die Karte so geeignet dafür ist, aber... Ich geh erstmal so rein. Gibt's noch keine Diamanten? Nein, ok. Dann muss ich mal ein bisschen bergarbeiten. Und dann suchen wir uns schon unsere Diamanten. Dort. Ping. Gut. Und? er ist weg damit position blöcke mitnehmen und dann können wir doch weiter arbeiten hier und diamanten suchen da ok geil habe einen gefunden so geht das doch am schnellsten kommen die sollen mir helfen es sollte ein p werden schön wie soll ich den denn da hoch bringen ok hilf mir hilf mir hilf mir schön ey warte muss hier ein schimmchen reinbauen oder so schalm kreis jetzt kann ich nicht mehr in diamanten ich bin da hoch hilf mir mal einer eine treppe hier zu bauen hallo kann nicht so schwer sein ich versuche dir jetzt hier eine treppe zu bauen und der rennt mit dem diamanten dachte schon ja du spielst konterstrike schöne sache ey hier diamant hier hoch komm hier hoch ey junge hallo hey du läufst nicht mehr in die falsche richtung ich will nichts gesagt haben komm super bis du nach dem zweiten erst mal vielleicht finden wir ja noch einen kann ja nicht schaden und noch einen da rein vielleicht sollte ich den doch helfen ja ich glaube ich helfe den jetzt mal so bleibt auf und weg ok er kommt runter haha ich komme nicht mehr weg ich konnte nicht um die ecke rum aber super er hat den diamant wieder bing so und jetzt ziehen wir alle register ja alter alter hat er gerade durch die steine durchgeschossen nein er bringt es nach oben pass auf scheiße ok wir müssen wieder buddeln wo läuft er lang und wir buddeln den ganzen tag äh 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 ey du da liegt ein diamant um das war praktisch den hole ich mir den hole ich mir sagte ich komplett unten drin bleibt erst mal unten drin ein es nie wo ist er so oh satan ein satan spielt mit sagen wir mal hallo hallo ok schnappen dir ich hatte versucht dir den rücken freizuhalten geh weg alter der ist gut sehr gut sogar sartan sartan alter stell dich mal ab das ist ein top sniper was er kann das kann ich schon lange